Guten Abend und grüß Gott bei unserem heutigen Diskussionsabend mit Dr. Heimo L. Handel. Er spricht heute Abend zu uns über ein Thema, das in jüngster Zeit im deutschsprachigen Raum die Gemüter bewegt hat. Er spricht über die Affäre Günter Grass und was dahinter steckt. Ein interessantes Thema und sicher auch ein interessanter Vortrag. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, zum Vortrag des Herrn Dr. Handel viel Vergnügen und bitten nun Herrn Handel mit seinem Vortrag zu beginnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute Abend hier in Dornbirn im Tick zu dem komplexen und kontroversiellen Thema, die sogenannte Grass-Affäre und was dahinter steckt, sprechen zu dürfen. Ich möchte nicht einfach Fakten liefern in Form von Zitaten aus Artikeln in der deutschsprachigen oder auch ausländischen Presse. Es sind derer sehr viele erschienen. Ich habe 100 aus den wichtigsten deutschsprachigen Qualitätsmedien gesammelt und aus einigen britischen und amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften und sie ausgewertet, sondern ich möchte viel mehr auf gewisse Unter- und Hintergründe eingehen, um die Rezeptionshaltung und die typischen Reaktionsweisen, die fast wie Reflexe abliefen, zu interpretieren und zu deuten. Bevor ich beginne, möchte ich aber den Anlass für diesen Skandal, nämlich das Gedicht von Günter Grass, das in der Süddeutschen erschien, rezidieren, das ich selbst in einer Kolumne zu dieser Affäre als typische Gebrauchslyrik bezeichnet habe und das meiner Meinung nach ja auch nicht beansprucht, primär nach literarischen Gesichtspunkten oder von der Form her beurteilt zu werden, sondern indem der Inhalt, also der semantische Gehalt, in Bezug auf ganz reale politische Begebenheiten überwiegt. Also, Günter Grass, was gesagt werden muss. Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen konnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird. Doch warum, und das sage ich mir, jenes andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren, wenn auch geheim gehalten, ein wachsendes nukleares Potenzial verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang der Strafe hinaus sich stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Jetzt aber, weil aus meinem Land das von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird, wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch mit flinker Lippe, als Wiedergutmachung deklariert, ein weiteres U-Boot nach Israel geliefert werden soll, dessen Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist, doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden muss. Warum aber schwieg ich bislang? Weil ich meinte, meine Herkunft, die von mir nie zu tilgenden Makel behaftet ist, verbiete diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit dem Land Israel, die mich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. Warum, sage ich, jetzt erst gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld doch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Und zugegeben, ich schweige nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin. Zudem ist zu hoffen, es mögen sich viele vom Schweigen befreien, den Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt auffordern und gleichfalls darauf bestehen, dass eine unbehinderte und permanente Kontrolle des israelischen Atomarenpotenzials und der iranischen Atomanlagen durch eine internationale Instanz von den Regierungen beider Länder zugelassen wird. Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern, mehr noch, allen Menschen, die in dieser vom Wahn okkupierten Region dicht bei dicht verfeindet leben und letztlich auch uns zu helfen. Soweit das Poem von Kass. Was war geschehen, als das in der Süddeutschen Zeitung erschien? Die einen sagen, es war voraussehbar, die anderen sagen, es war kalkuliert, weil provoziert. Die anderen haben dann in der Reaktion gemeint, das Resultat ist das Ergebnis einer self-fulfilling prophecy. Und je nach der Position wurde der Schriftsteller Gras nicht primär literarisch geschmäht, sondern politisch. Die vielen Artikel, die ich durchlas, zeigen ein erschreckendes Ungleichgewicht. Es dominiert die Ablehnung. Nun, man könnte sagen, es ist jedem freigestellt, sich zu einem Text zu äußern, der offensichtlich nicht selbst einfach nur literarisch gewertet werden will, sondern politisch. Und man antwortet. Das stimmt. Aber es geht nicht nur um die Widerrede, den Einwand, den Kommentar. Es geht, wie bei der Rhetorik generell, aber vor allem bei diesem brandheißen, komplexen, kontroversiellen Thema, belastet mit der Geschichte Deutschlands, des Zweiten Weltkriegs, der Nazizeit und vor allem des Holocaust um wesentlich mehr. Und der Vorwurf, hier trete der alte Deutsche, damit meint man ja, den alten Bösen, den Nazi, den Unmensch, den Vernichter, den Vertilger, den Verderber, die Gefahr, den Verbrecher eigentlich, der trete wieder auf. Wenn auch gewisse Ängste in dieser Weise verstehbar wären, unter Umständen, man müsste den Kontext ansehen, man müsste ansehen, wer von wo spricht, wofür, wohin gerichtet, zeigt dann doch die Wortwahl, die Schnelligkeit auch, und die Stereotypie der strapazierten Verdikte, der Injurien, der gebrauchten Reizwörter, Floskeln, Etiketten, dass hier ganz was anderes abläuft. Grass hat einen Stimulus gegeben und eine Mehrheit, unberücksichtigt des Intelligenzgrades und des Bildungsgrades, das reagierte fast wie im pavlovschen Sinn und schrie auf und schlug zu. Vorderhand noch symbolisch, verbal. Noch ist der Mord ein Rufmord. Und wenn der Autor ein anderer als Grass wäre, der jetzt im hohen Alter, wie er selber schreibt mit letzter Tinte, hoch geehrt, versorgt, gepriesen, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, wenn es als ein anderer Autor wäre, Martin Walzer wurde ja auch genannt, aber auch er ist alt und arriviert, trotz aller Kritik und Häme, also nehmen wir einen Jüngeren, der wäre erledigt. Dieses Wort erledigt, wie das Nachbarwort fertig gemacht, ist Nazi-Jargon. Und er wird gepflegt in der Praxis durch diese rufmörderischen Verleumdungen, durch die Aburteilung, durch die Schläge tief unter der Gürtellinie, gemein, böse, von politisch korrekten Menschen, die in Anspruch nehmen, für Freiheit, Würde, Anstand, Vernunft und Humanität, Menschlichkeit zu sprechen. Das heißt, wenn einer ein unbedarfter Zeitgenosse sein könnte und er sich mit diesem Thema beschäftigt, er wäre perplex und würde eine Perversion vermuten. Hier tritt ein Autor auf und plötzlich gilt nicht, was er sagt, sondern es gilt, und das ist interessant, die Herkunft. Ähnlich wie die Rasse, wie es bei den Nazis galt. Das ist ein Deutscher, genau. Speziell, subjektiv, das ist krass, das war ein Waffen-SSler. Ja, er hat nie gelogen, er hat es nie abgestritten. Er hat einen Fehler begangen. Er hat es nicht gleich öffentlich gemacht. Er hat es spät erst, in einer autobiografischen Schrift, erwähnt. Gleich nach der Kriegszeit, mit 17 Jahren, war er bei der Waffen-SS eingezogen. Mit 18 kam er in amerikanische Gefangenschaft. Hat er wahrheitsgemäß das zu Dokument gebracht. Das gilt nicht. Die Gegner sind dankbar, sagen zu können, einmal Nazi, immer Nazi. Einmal SS, wobei hier Waffen-SS und SS nicht mehr unterschieden wird, weil das ja so gut klingt. Der Herr Henrik Broder sagt, SS-Mann. Erledigt. Das heißt, plötzlich gilt also die Herkunft, die Belastung, als ob alles andere, was diese Person, nicht nur jetzt als Deutscher, sondern er als Mensch, als Autor, als politisch Wirkender, und er war politisch hochaktiv, getan hat, gesagt hat, sich engagiert hat, eingesetzt hat, gilt nicht. Das ist ein Nazi-Schwein. Shut up, heißt es. Du hast kein Recht zu reden. Du bist unglaubwürdig. Vor allem, du bist nicht berechtigt, moralisch und ethisch deinen Mund aufzumachen. Das ist, muss ich sagen, in der Gegenwart einzigartig. So eine Vorgehensweise. Das heißt, hier wirken Mechanismen der Zuschreibung, der Etikettierung, wie wir sie früher eben bei diesen Gegnern, den Nazis und ihresgleichen, ankreideten. Aber es geht weiter. Es wird ihm vorgeworfen, dass er im Nazi-Jargon rede, dass er nicht nur Israel angreife, sondern die Existenz Israels infrage stelle, indem er die Gefahr durch den Iran und Ahmadinejad verharmlose, beziehungsweise dem Iran und diesem mörderischen Regime zuspreche, weil ja der Iran konkret, akut Israel bedrohe. Denn nicht nur er, auch frühere Führer des Iran haben ja gedroht und gefordert, man müsse Israel auslöschen. Diese Gefahr bestehe und jemand, der heute so argumentiere und sich die Frechheit erlaube, den Iran und Israel gleichzustellen im Vergleich, versündige sich. Und einige Verdikte sprechen ja von Sündenstolz, Verharmlosung, Verdrehung, falsche Fakten, Überhitzte, Falschheit und es kommen dann, ich bringe Ihnen ein paar Beispiele, noch andere Verdikte. Eine Variante zielt auch ab, da genügt dann nicht nur die kurze Waffen-SS-Zeit, sondern sie zielt auch ab auf die persönliche Eitelkeit. Er ist selbstgerecht, er ist eitel, er will noch die Aufmerksamkeit erregen. Unterstellungen, die vom eigentlichen Kern des Problems ablenken. Die anderen sagen, er ist dumm, er kennt sich nicht aus, er kann nicht politisch das richtig einordnen, er gefährdet den Frieden. Und dann kommen wieder die Anwürfe, das sind antisemitische Klischees, das ist Nazi-Jargon, so haben die Nazis geredet. Und das sagen Leute, die Historiker sind, Brummelig, Wolfson, die Journalisten und Schriftsteller sind, Heinrich Broder, Georg Dietz, Herzen, Richard Herzen und so weiter, eine ganze Reihe. Auch der Herr Marcel Reich-Ranitzki hat sich nicht entblödet zu behaupten, das Gedicht ist nicht nur ekelhaft, es ist nicht nur ein Angriff gegen Israel, sondern gegen die Juden. Und plötzlich, man fragt sich, und sie haben das Gedicht gehört, wo äußert sich Krass hier gegen die Juden? Und ein alter Mechanismus funktioniert. Sobald Israel das Objekt der Kritik wird, der Target, kippt es um und es bleibt nicht Israel, sondern die Juden. Diesen Trick machen natürlich nicht nur die Israelis, sie machen es wahrscheinlich besser finanziert und besser organisiert, das machen auch Islamisten. Wenn sie den Iran kritisieren oder ein anderes islamisches Land, laufen sie Gefahr, sofort auch von Gutmenschen hier in unserem eigenen Land, in Deutschland, in Österreich, in der EU, des Anti-Islamismus gezielen zu werden. Dort läuft also dasselbe Mechanismus, dass man nicht mehr unterscheiden will, wo kritisiere ich politisch und wo religiös und die wenigsten kritisieren den Islam als Religion, sondern Auswüchse des Islam, wie er sich politisch äußert. Und eine Äußerung, eine politische, von Ihnen gefordert als politisch, ist die terroristische. Wenn ich also die gleiche Vorgangsweise, denselben Mechanismus hier verurteile, wundert es mich, dass ich ihn dort begrüße oder übe. Da läuft was falsch. Das hat natürlich System. Gras wird geschmäht, weil es nicht nur um ihn geht, sondern weil es um eine Beispielwirkung geht, um die letzten Zuckungen der Gutmenschen, die bewirchten, einerseits einige im guten Glauben, die anderen aus blankem Kalkül, dass hier etwas außerhalb ihrer Kontrolle wächst. Und die Kontrolle heißt die Deutungshoheit über den öffentlichen Diskurs. Und jetzt kommt so ein alter Trottel, der auch von einigen als senil hingestellt wird, der eh nicht schreiben kann, wie der Literaturpapst Ranitzki feststellt, naja, was ist er schon, hat halt durch den Fehler den Nobelpreis bekommen. Und äußert sich gegen Israel, und zwar nicht einfach gegen das Land Israel, sondern gegen Kriegspläne Israels, die Israel über seine Regierung glaubhaft publiziert, das heißt öffentlich gemacht hat. Und es ist ja nicht nur Israel, sondern es ist der große Bruder dahinter, die USA. Das kann nur verwirren, wer die Geschichte nicht kennt. Und zwar nicht nur die Geschichte Deutschlands, der Nazis, des Holocaust, sondern die Geschichte jener Parteien, die stark im Westen verankert, die Hegemonialpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg systematisch auf Vordermann brachten. Ich habe in manchen Gesprächen empfohlen und gesagt, schauen Sie doch bitte die Daten nach. Es gibt die Veröffentlichungen. Und heute über das Netz hat man die Gelegenheit, das alles relativ einfach zu prüfen. Wie sah die amerikanische Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Aufgrund welcher Umstände konnte 1948 nach gezieltem Terror und gezielten Kriegen Israel in der UNO als Staat installiert werden? Haben sie die Mehrheitsverhältnisse angesehen, die herrschten? Haben sie die weltpolitische Lage geprüft? Haben sie beachtet, in welchem Stadium des Kalten Krieges die zwei Supermächte sich gegenüberstanden und vorbereiteten die Felder der Stellvertreterkriege, die dann ja auch abholten? Sehen sie nicht geopolitisch und vor allem hinsichtlich der Ressourcen die ausgezeichnete, herausragende Schlüsselstellung Israels als Verbündeter der USA in diesem Bereich? Bedenken sie nicht historisch, dass es ja offen war, wo ein Staat für Juden eingerichtet werden soll. Das war nicht von Anfang an gegeben, es wurde diskutiert, Uganda, das fiel dann weg. Es wurde auch diskutiert, ob in den USA, immerhin leben dort mehr Juden als in Israel. Das hat nicht nur zufällige Geschichte, das hat System und Plan. Und wenn man die Hegemonialpolitik der USA dann mit ihrem Verbündeten als Brückenkopf in Nahost zieht, welche Geschichte weist denn da das Gegenüber, das jetzt als Schurkenstaat der Feind ist, auf, nämlich der Iran, das frühere Persia? Erinnern wir uns, dass dort der frühere, der Vater von Shah Ressa Balevi, der frühere Shah in einer demokratischen Wahl nicht gewann, eine Republik gegründet wurde und Mossadegh, der Präsident, zum Sturz kam. Nicht, weil er jetzt gewählt wurde, sondern weil er sich das Recht nahm, die Ölindustrie zu verstaatlichen. Das war gegen die westlichen Interessen, vor allem der USA und Großbritannien. Und er wurde getoppt, er wurde hinweggeschafft durch den CIA. Das heißt, eine demokratische Entwicklung in diesem Land, Persien, wurde gestoppt, ausgehebelt und umgedreht durch die Installation des Nachfahren, den Shah, der mit westlicher Hilfe in Erfüllung der Bütteldienste nach den Bedingungen der Amerikaner das Öl liefern und die Politik unterzeichnen, eingerichtet. Es sind viele geflohen. Der Shah war natürlich nicht von Anfang an das Monster, das er später wurde, mit seinem Geheimdienst Sawak und mit seiner Machtausweitung. Aber er wurde kräftig finanziert und hat mitgespielt, sein Regime und seine Hausmacht zu verstärken. Dass das natürlich bei den Emigranten oder bei den Moslems, die einem anderen Wertsystem als dem amerikanischen, das der Shah als moderner, quasi moderner, es war ja ein Betrug, lieferte, Öl ins Feuer goss, ist doch völlig einsichtig. Und es war kein Zufall, als nach einigen Unruhen der geschwächte Shah den politischen Manövern Komenes, der in Frankreich im Exil war, zum Opfer fiel. Es war ihm dann noch gestattet, es wurde ausgehandelt, dass er ins Exil konnte. Und als Antworten, das muss man sehen, auch wenn man sie selber nicht begrüßt, Komeni haben die Mullahs, das heißt die fundamentalistischen Moslems, die Islamisten, den ersten Gottesstaat als islamische Republik ausgerufen. Und da muss man schon unterscheiden, da geht es nicht um persönliche Präferenzen und Gutheißungen, sondern da muss man die Gegenbewegung, die Reaktion zu Aktion sehen, warum das so gekommen ist. Damals, das war 1979, ich war gerade in den USA, an Virginia Tech, und habe dann mit Kollegen und Professoren diskutiert und war erstaunt, wie freudig dieser Wechsel von den Fortschrittlichen begrüßt wurde. Weil die haben sofort verstanden, das ist eine Schwächung der amerikanischen Hegemonialpolitik, Sozialpolitik war es auch, es hat ja dann eine ganze Kettenreaktion nach sich gezogen. Dem habe ich zugestimmt, das stimmt, aber der Ton und die Schreibweise oder Redeweise der Mullahs hat mich sehr erschreckt. Und ich habe damals schon, und ich habe noch ein paar Artikel und Notizen dazu aus dem Jahr 1979, als ich in Virginia war, zu Kollegen gesagt, hier wird eine Revolution vollzogen, die entweder aufgrund von Unkenntnis unsererseits uns mehr verspricht, als sie halten wird, oder für Insider, die gar nicht damit rechnen, nur vordergründig was ändert und dann selbst zu einem Horrorregime werden wird, für mich aus dem einfachen Grund, weil sie auf religiöse Grundsätze, die intolerant sind, setzen. Und so hat es sich entwickelt. Nun, wenn ein Land entschließt, sich so zu organisieren, ist das seine Sache. Dass die Rhetorik gegen die USA und damit auch gegen den Verbündeten Israel an Schärfe zunahm, ist nicht verwunderlich. Und wenn man sagt, die iranischen Führer haben mit der Auslöschung gedroht, dann muss ich natürlich die Rhetorik von den tatsächlichen Kapazitäten, das heißt hinsichtlich der Plausibilität und Glaubwürdigkeit prüfen. Fakt ist, dass Israel entgegen allen internationalen Vereinbarungen, gedeckt durch die USA, sich zu einem ziemlich großen Atomstaat entwickeln konnte. Israel ist das einzige Land, das sanktionslos, ohne Strafe, x UN-Beschlüsse negieren kann. Erinnern Sie sich, dass Libyen wegen kleinerer Vergehren bombardiert wurde. Dass andere Länder sofort Sanktionen erlitten, wenn sie nicht UNO-Beschlüsse durchsetzten. Nicht so bei Israel. Die IAEA, die Agentur in Wien, ist praktisch eine Marionetteneinrichtung für die USA, zum Abzeichnen, was sie diktieren. Das hat sich in vielen Fällen gezeigt. Dieses ganze Gelaber von Menschenrechten, so wichtig sie wären, aber in dieser Politik wird es zum Gelaber, ist vordergründig. Man sieht das, dass die Angriffe gegen China, das ungeheuer an Stärke und an Einfluss gewann, sofort relativiert wurden, als man merkte, auf der Schiene richtet man nichts aus, man schwächst sogar seine Chancen fürs Geschäft. Es gibt x Belege dafür. Man merkt es auch, wenn es darum ging, gewisse Länder niederzuhalten oder zu strafen, wenn bestimmte Bedingungen verletzt werden und andere nicht. Israel schaffte es, dass kein Mitglied der Atomenergiebehörde inspiziert und selber so viel Selbstzensur übt, das nicht einmal zu erwähnen. Und dieselben Leute, diese bezahlten Büttel, schimpfen aber drauf, hier besteht die Gefahr, dass... Das muss ich mal vor Augen halten. Dafür gibt es viele Belege. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass also Israel, das schon in der konventionellen Waffengattungen die stärkste Militärmacht der Region ist und kriegsaprobt ist, es führte auch die meisten Kriege, eigentlich seit seiner Installierung 1948. Es gibt keine Armee, außer der Amerikanischen, die so kriegsaprobt ist. Nun behauptet, dass die Atombewaffnung des Irans den Weltfrieden gefährde und sie sich das Recht nimmt für einen Präventivschlag. Nach der UN-Charter sind Präventivschläge nicht gestattet, höchst fragwürdig, also da müssen schon wirklich sehr namhafte Belege, prüfbare, nachvollziehbare vorhanden sein. Der Charter nach sind sie nicht vorgesehen. Israel verlangt eine Sonderstellung. Das heißt, das ganze Konzept der UNO, nämlich alle Nationen sind gleich und folgen der Charter, existiert nicht für Israel. Und warum existiert es nicht? Weil die einzig verbliebene Weltmacht es stützt. Das muss man anschauen. Und das erklärt viel von dem Hass gegenüber. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt. Diese Kritik bedeutet nicht einerseits eine Aufwertung des Kriegers und schon gar nicht die Akzeptanz der Politiken dieses Gegners, im Innern wie im Äußern. Überhaupt nicht. Und das hat nicht mit Ethik und Moral zu tun, sondern mit einem vernünftigen Verständnis. Ähnlich wie Voltaire, der gesagt hat zu einem Gegner, auch wenn ich nicht ihre Position einnehme und unterstütze, trete ich dafür ein, dass sie sie äußern können. Das war in diesem Bereich des Arguments. Im Bereich der internationalen Politik hat die Installation der UNO sehr wohl in den Lehren aus den zwei Weltkriegen gelernt, zu unterscheiden zwischen Moral und Ethik und bestimmten Präferenzen und Rechtsgrundsätzen des Völkerrechts, des internationalen Rechts, weil wir sonst Anarchie und einen erweiterten Bürgerkrieg schaffen. Und was fällt jetzt auf? Wer hat den Weltfrieden gefährdet? Wer hat die Kriege exportiert sozusagen, bezahlt, finanziert? Natürlich nicht nur die USA und Israel alleine, aber die USA nachweislich am höchsten in der Anzahl und am effizientesten, wenn sie auch in vielen verloren haben. Das ist doch interessant, wenn man das anschaut, wofür. Und die meisten Kriege gingen um ganz handfeste Güter, Ressourcen. Und die anderen, wo es nicht direkt um Ressourcen ging, ging es um strategisch wichtige Stellen in der Geopolitik. Im Rahmen des Konzepts der Hegemonialpolitik. Ganz eindeutig. Auch das lässt sich belegen. Das heißt nun wiederum nicht, ja, die Russen, solange sie in der Sowjetunion waren, haben das nicht auch gemacht und die Chinesen probieren das nicht auch und so fort. Das steht jetzt nicht zur Debatte. Und wenn es einmal zur Debatte steht, weil sie stärker im Kräfteverhältnis gewonnen haben werden, dann sind sie das Ziel der Kritik. Jetzt sind die Verhältnisse so, dass die USA und Israel die stärksten, konkret nachweisbaren Kriegstreiber sind. Und im Übrigen auch im Kleinen, Israel zum Beispiel internationale Auflagen, wie man zum Beispiel mit okkupierten Gebieten, deren Einwohnern umgeht, permanent verletzt. Permanent. Gefahrlos. Sanktionslos. Einfach so. Weil das ja eine Sonderstellung hat. Es reicht der Rekurs, ich werde bedroht, die wollen unsere Existenz nicht und das rechtfertigt offensichtlich alles. Philosophisch kämen wir auf ein interessantes Thema zu fragen, heiligt der Zweck die Mittel, ja oder nein? Machen Sie die Nagelprobe. Sagen Sie ja oder nein. Dann haben wir es. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, brauchen wir nicht mehr weiterreden. Ich bezeichne sie als Kollaborateur, als Inhumane, als Unmensch. Sie unterscheiden sich weder von einem Nazi noch von einem Stalinisten. Diese Politik führt in den Krieg. Sie ist Krieg. Punkt. Wenn Sie sagen nein, dann reden wir weiter. Und jetzt kommt ein Krass her, der als Jugendlicher in der Wehrmacht war, in der Waffen-SS, der gelernt hat und wie viele andere auch, was er als Junger nicht wusste, der sich engagiert hat und jetzt wird er als Nazi hingestellt. Damit man dieses Urteil, diese Schmähung überhaupt versteht, muss man aber wissen, wofür steht Nazi, Nazi, du Nazi, Schargon. Ich habe mal ein paar Leute gefragt, weißt du überhaupt, was sind die Kriterien, den Nazismus so zu bezeichnen beziehungsweise gegen einen Nicht-Nazismus oder Kommunismus oder Kapitalismus oder Liberalismus zu unterscheiden. Wir haben so diese Schlüsselwerte, neokonservative, liberale, neoliberale, konstitutionelle Monarchie, aber demokratisch, repräsentative Demokratie. Okay, reden wir nicht in den Etiketten, was sind die Kriterien, worin zeichnet es sich aus? Einige schwimmen. Aha, aber sie urteilen so eindeutig. Nun, um es kurz zu machen, ein paar wesentliche Aspekte des Nazitums, des Naziregimes, da gibt es einige Nachbarschaften zu den Realkommunisten von damals, liegt in einem ganz wesentlichen Aspekt im Anti-Aufklärerischen, in der Orientierung und in der primären Überordnung der Gemeinschaft, des Staates als Volkheit oder Volkstum, der Nation und dann kommt erst der Staat und am Schluss kommt erst der Einzelne. Das heißt, der Einzelne gilt nichts beziehungsweise nur so weit, wie er als Glied der Gemeinschaft seine Aufgabe erfüllt, seine Funktion. Damit verbunden herrscht auch ein, wie könnte man das nennen, eine intellektuelle Feindschaft, eine Aversion gegen Kritik, gegen Wissen als Sollten, gegen die Freiheiten des Einzelnen, der sich ja der Gemeinschaft, dem Volk, unterordnen muss. Und das war nicht nur auf die Nazis beschränkt, die haben es extrem mit einem Rassismus hochgetrieben, das ist richtig, aber das finden sie auch in anderen europäischen Ländern und vor allem in asiatischen. Also so einfach lässt sich es nicht aburteilen und wenn, dann müsste man die Hintergründe ansehen und prüfen, wo sich Ähnlichkeiten in anderen Ländern zeigen, die das aber anders auffangen konnten. Der Rassismus in den USA ist offensichtlich von anderer Qualität, als es der Deutsche unter den Nazis war. Aber es ist ein Rassismus. Die Ausbeutung durch den Kapitalismus ist belegbar, aber sie ist offensichtlich anders als der Sklaven und Zwangsarbeiter in der Sowjetunion in Sibirien oder in China. die Ausrichtung in der totalitären Pädagogik und der Mao vor der Kulturrevolution, während der Kulturrevolution, die 76 endete und danach ist offensichtlich anders als während der europäischen Zeiten unter Einfluss der Kirchen, der christlichen, also katholischen und der protestantischen und später. Aber das kann man benennen, man kann die Kriterien heraussuchen. Das heißt also, wenn ich einen als Nazi bezeichne, dann unterstelle ich, dass er gegen das aufklärerische Erbe, gegen die Kritik, gegen das Argument, gegen die Freiheit und die Prosperität des Einzelnen im humanistischen, humanen Sinn als Individuum steht, sondern für das Gegenteil. Lässt sich empirisch prüfen, gibt es irgendwo einen Satz von Krass, eine Tat in seinem politischen Engagement, dass das stützt? Nein, das Gegenteil. Er setzte sich ein für den Ausbau und Stärkung der Demokratie, für Kritikfähigkeit, für Bildung, für Prüfen, alles Qualitäten, die wir von der Aufklärung her den reifen, freien Demokratien zuschreiben. Das wäre doch interessant zu prüfen, warum so systematisch, fast im Reflex, dieses Verdikt kommt. Was liegt da dahinter? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wieder besseres Wissen oder dumm. Beides ist gefährlich. Ich vermute, es ist schnödes, böses Kalkül. Kalkül. Weil es ja nicht nur um die Person geht. Es ist auch eine Rache, weil es die Deutschen geschafft haben, jetzt als Gruppe, als Großgruppe, als Staat, doch davon zu kommen. Vielleicht schwelt insgeheim ein nicht erfüllter Wunsch, wenn sie doch drauf gegangen wären, wenn man sie hätte fertig machen können. Das hat man nicht. Aber es sieht fast so aus. Vielleicht liege ich falsch in meiner Vermutung, aber die Sprache erinnert mich daran. Es ist eine unglaubliche Barbarei in dieser Rückantwort, die so automatisch erfolgt. Und in dem Gras eben nicht die kriegerischen Seiten zeigte, erfüllte eigentlich das Bild, das nach dem Krieg erwünscht war. Nicht mehr der alte Deutsche im Sinn von der Preise, der Kämpfer, der Nazi, der Deutschstoßlegenden, Vertreiber und so fort. Und was geschieht in den Medien? Da schreibt doch einer, dass Gras als Beleg nicht nur jetzt vom Krieg warnt und damit eigentlich den Krieg will, weil er den Achmedinitsch Stützstück, sondern der hatte auch 86 in der Diskussion der NATO-Nuklearbewaffnung Deutschlands Widerstand geleistet und aufgerufen für den Widerstand. Stellen Sie sich vor, plötzlich wird sein Engagement gegen die Atombewaffnung in Deutschland und das war die höchst gerüstete Zone, die höchst explosive Zone durch den Kontinent. Und dagegen hat er sich verwahrt. Und das wird ihm jetzt negativ angerechnet. Der hat ja damals schon gegen uns, gegen die Westen, gegen die Amerikaner gewettert. In einem Artikel schreibt er einer, ja der Gras, dieser Waffensessler, der hatte auch den Adenauer geschmäht, der hatte auch das gemacht. Alles wird hergeholten, umgedreht als Beleg, das ist ja ein Nazi. In dieser Gehirnwäsche geht es dann weiter, dass einige ganz klug sagen, ja der Herr Gras hat ja das kalkuliert und er gibt vor, es sei eine Gleichschaltung, weil wir ihn jetzt so kritisieren, das stimmt nicht, in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will und er sagt, aber wir können es auch sagen, wir reagieren nur und das ist ja gar nichts. Dieses gar nichts, dieses nichts, ist aber etwas. Natürlich gibt es keine Staatszensur, natürlich gibt es kein Büro, das die in den Meinungsunterschieden prüft und verordnet, institutionell, aber sozial, indirekt. Ich bin doch berechtigt von einer quasi Gleichschaltung oder Gleichausrichtung zu sprechen, wenn ich in den Medien Stereotyp ähnliche Gehalte vorfinde, wenn ich merke, dass es Tabubereiche gibt, die nicht in das Blickfeld geraten, die nicht kritisiert werden, oder wenn, dann nur in einer bestimmten Richtung gefiltert, hergerichtet. Und dann werde ich angegriffen und ich sage, das ist ja gleichgeschalten. Das ist perfide, aber es hat System. Es geht nämlich auch weiter, weil man sagt, indem er das macht, macht er es und dann kommen die subjektiven Gründe, die ich angesprochen habe, aus Eitelkeit, Aufmerksamkeit, etc. Leute wie Friedman, Ranitzki, vor allem Bruder, die hergehen und einerseits, Bruder vor allem, für Zivilcourage, Offenheit, Kritik eintreten, schreien auf, wenn es Kritik gibt, wenn, ja, wenn sie gegen Israel gerichtet ist, weil sie Israel sofort mit dem Judentum decken und Judentum mit dem Holocaust und dann haben wir die Malaise. Das heißt, es zeigt sich im Kern eigentlich der Versuch eines ahistorischen Denkens und einer kollektiven Zuschreibung, die ewig wehren soll, sodass die Einzelfallprüfung und das unterzeichnete Unterschiede ja so eine Haltung von der Vorurteilung ausbleibt. Herr Goldhagen, ein Historiker, der von der kollektiven Schuld der Deutschen spricht, ist über Gras hergezogen. Und wie? Ich bringe ein kurzes Zitat, ich habe ein paar andere auch hier, er schreibt, er ist ein Verfälscher seiner eigenen Nazi-Vergangenheit. Also er hat lange geschwiegen, aber er hat sie nicht verfälscht. Das ist eine Falschaussage. Gras ist nicht anders als jene am Stammtisch, die kulturelle Klischees und Vorurteile seiner Zeit propagieren. Er ist ein großer Gleichmacher. Es gibt kein israelisches Verbrechen, sagt der Herr Goldhagen. Nun gut, ist ja Definitionsfrage, was ich als Verbrechen sehe und was nicht. Könnte man noch diskutieren. Gras, Falschheit und Erfindungen. Er will Israel zum Abbau seines atomaren Schutzschildes, so wird das jetzt genannt, ja, Schutzschildes im Mitten eines Meeres von Feinden zwingen und damit bestenfalls unbekümmert seine Vernichtung in Kauf nehmen. Unbekümmert. Merken Sie, mit was für Unterstellungen er operiert wird? Ein Historiker zeigt ihn praktisch der Kollaboration mit dem Feind und das ist aktiver Narzissmus, weil es auf die Vernichtung Israels geht, der Juden. Sowas infames, perfides habe ich, also für mich ist das neu, habe ich nicht gelesen. Und so könnte man, ich gebe Ihnen ein paar Namen nur, ich bringe jetzt nicht alle Argumente, Jörg Albrecht, Thomas Anz, der Thomas Anz war positiv, ganz wenige positiv, die anderen waren Contra in ihren Äußerungen. Pierre Asselin, Marie-Louise Beck, Volker Beck, Peter von Becker, Wolf Biermann, der Henrik Broder, Micha Brummli, der Roman Bucheli, schreibt viel in der Neuen Zürcher, hat genauso reingehaut, nicht, was das für ein hohler Kern sei, unbedarft, ohne jede politische und poetische Vernunft. Ja, diese Spezialisten wissen das. Der Corriere della Serra schreit in Italien, der war ja in der Waffne selbst, der soll vorsichtiger sein, nicht? Die einen sagen, du bist zu alt, du bist zenil, du warst das, das gilt. Und so geht es in einem Wort. Georg Dietz, der ja bekannt ist durch ein paar, er hat ja auch Angriffe gegen Christian Krach geführt, dass das Nazitum sei, was er macht, hat auch hier geschrieben, Zombies, Wehleidigkeit, Selbsthass, gleiche Muster wie bei Martin Walser, Feigheit, so gehen die Leute um, das ist der normale Diskurs. Gregor Dotzauer, Dickköpfigkeit, Anlass für eine psychologische Interpretation, das heißt, hier wird nahegelegt, sollen wir nicht prüfen, ob der nicht schon pathologisch ist? Die Vorstufen kennen wir doch, einerseits von Nazis, andererseits von den Stalinisten. Das schreiben korrekte, politisch denkende Menschen in Deutschland, in Europa. dann einige sagen, die Financial Times hat bemängelt, das ist einseitiger Parteiname und er gibt ja keine Ruhe, weil er das Einreiseverbot mit Milke von der DDR verglichen hat, der Michael Friedmann sagt, das sind antisemitische Klisees, kranke Argumentation, also Psychologie, Krankheit, jetzt wird er abgetan, dauernd kommt die Waffnesses, ist krass wohl die richtige Person, der war doch in der Waffnesses, es ist erstaunlich, wenn ein Antisemit und ein Antisemit ist ja, muss ja fast krank sein, ein vernünftiger Mensch wird ja nicht so vorurteilig antisemitisch sein, wenn der sagt, ihr habt ja den Jesus umgebracht oder du bist, das heißt, er hält an dem fest, zeiern wir ihn zu Recht einer unhaltbaren, inakzeptablen Haltung. Hier treten öffentlich politisch Korrekte auf und zeiern ihn im selben Mechanismus. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass dieses Festhalten, dieses Ahistorische, das war einmal, so wie einmal gut, immer gut, wird es umgedreht, einmal Nazi, immer Nazi. Aber hier wird ja schon unterstellt, allein weil er bei der Waffen-SS war, im Krieg eingezogen, als 17-Jäger, war er Nazi. Aha, so einfach ist das. Ein Herr Gumbrecht, ein Professor, ein Deutscher, der in Stanford unterrichtet, hat sich da auch vorgewagt und hat geschrieben, die mir Verantwortung und Zeugs und dann sage ich mir und kommt auch mit der Herkunft und Waffen-SS. Ja, Herr Gumbrecht, haben Sie jemals Zeugnis abgelegt über die Tatsache, dass Sie als Professor in Stanford den am meisten und am bestfinanzierten kriegstreibenden Staat, der Elend über Millionen von Menschen bringt, unterstützen? Sie kollaborieren? Es wird gar nicht gefragt, weil wir sind ja die freie Welt, die Kriege, die wir führen, führen wir für den Frieden. Ganz einfach. Das heißt, hier herrscht ein ungeheuer einseitiges Denken, das sich in einer Sprache Ausdruck verschafft, die genau das praktiziert, was die Leuten wie Gras, Martin Walser und andere vorwirft. Ich will jetzt damit den Rahmen schließen und ich wollte ein paar Aspekte aufzeigen, wie man vorsichtig sein soll mit dieser Art von Urteil, mit dieser Art von Häme. Ich bin kein Feind der Häme an sich, aber es ist eine Frage des Maßes und der Relationen, der Proportionen und der Verbindungen. Wie wir wissen, die Bedeutung liegt nicht in einem einzelnen Zeichen an sich. Das ist ein schlechtes Zeichen. Sprache und Symbolsysteme ziehen ihre Bedeutung aus den Relationen, den Verbindungen. Die Einzelzeichen sind kontextabhängig, um in der Verbindung Wert und Bedeutung zu erlangen. Und aus dem Grund sind diese Kontextfaktoren des Gesellschaftlichen, des Sozialen, des Politischen, in der solche Äußerungen mehrheitlich nun die Norm darstellen, nicht nur verwerflich, sondern höchst betrüblich und Anlass zu tiefer Sorge. Danke.